Ich wünsche an das Licht gekommen. Sie haben nur Rundenviertel geschauten und Belgen gezogen und auf der Hütte nebendran Dach. Also bevor ich da in die Schweiz kam, habe ich mir schon Vorstellungen gemacht, wie das Land und wie die Leute wohl sind. Aber diese Vorstellungen haben gar nicht gestimmt. Es ist ganz grundlegend anders als in Marokko, aber es ist okay. Die neue Werkstatt ist noch lange nicht fertig. Handwerker sind teuer. Maggie Müller hofft, dass nach den Sommerferien vaterheales Ausgriff abgelaufen ist. So hat doch der Austausch unter den Workcampers gut funktioniert, nicht gut zu sein. Aber es gab weder Pläne für die Baustelle, also was wir wie und wo wir machen, noch hat es ein Angebot gegeben, dass man mal zum Beispiel zusammen auf Baselfurt wäre oder so. Dir hat es da also nicht so gut gefallen? Ein bisschen scheu. Ich bin spazieren in den Hügel, auch mal zu oben allein nach Basel. Doch, doch, es war nicht schlecht.